Probieren wir das mal. Ich nehme hier aus dem Karton eine neue Flasche. Ich brauche ein bisschen Kraft, damit ich die Kapsel in den Flaschenhals reingedrückt bekomme. So, und der wird also selbstständig stoppen. So, da wir jetzt noch nicht wissen, welche Etiketten da reinkommen, ist das Etikettenkleben, das jetzt normalerweise ansteht, erstmal rausgelassen. Das machen wir dann nachher.